servus leute willkommen wieder nach irgendein let's play part von paladins und hier sind diesmal manu und shane dabei weil marcel hat gemeint zu kündigen weil er mag uns wahrscheinlich frieden auf erden religion ist scheiße so weiter und so fort sie wissen bescheid leute man hätte ich hätte ich auch mal die cola hier ins zimmer genommen scheiße ich bin doch so ein opfer also wenn wenn es schnell geht wird das das vorletzte match sein von paladins bevor ich geburtstag oder das wird das letzte sein bevor ich alt werde wir haben 23 37 ja manchmal dauert so eine runde schon lange ich werde dann gemacht ich werde ich werde ja ich werde ich werde dann 49 studierende auch macht so die du die vier mit mit der 1 ersetzen dann passt das dort und auch der lang die hier um Prozent steil ich bin bitte keine steuerung zu stück bitte keine steuerer oder nur die reisendet schmacht die die reisende schmutz so und wer eine Wer einer Gegner? Wer, wer, wer? Nein. Äh, Sky. Ah! Nein! Sky, Vivian, alle, die sind alle gut. Wen kamen die? Thor, Alter, haben die auch. Ich finde diese Maeve auch saug. Obwohl, nee, diese, ich finde diese Vic errägt mich voll an deine Ex-Freundin, Alter. Vom Gesicht her. Warum? Ich weiß nicht, wärst du wütend, wenn ich Ying ficken würde? Du willst ernsthaft ne Charakterin ficken? Ey, äh, aber, ja, hallo, ich sag ja nur Vivians Arsch und Victors Arsch. Ja, okay. Und, und Baumi, der hat ne richtig harte Schale, aber einen weichen Kern. Ja, und Bomb King ist einfach knuffig. Wenn der Elmer, wenn er anfängt zu niesen. Oh, komm mal her, Vivian. Oh, oh mein Gott. Ist das ein dicker Bobbes. Oh, ja, Mann. Komm, bleib da, wo du bist. Ey, das ist ja teilweise, will ich nicht. Oh, ich will auf deinen Arsch schießen, Alter. Alter. Oh, ja, er ist auf die Vagina, Alter. Die Knarre ist ein Weg jetzt. Oh, ja. Oh, bist du geil. Oh, die sagt noch so, es ist richtig gut. Ah, das ist so gut. Ja. Das ist so gut. Delicious, ne? Delicious. Das ist so gut. Wo laufe ich hin, Alter? Das ist so gut und delicious. Nein, geht weg. Mann, deine Mutter. Nein, geht weg, geht weg, bitch, geht weg, bitch. Merk doch gar nicht. Also, ich könnte mal sagen, die vorherige Runde war geiler als die. War die echt? Da war sogar ich gut. Da war sogar echt gut. Das hat schon was zu heißen. Das hat sich voll behindert an. Da war ich wenigstens auch gut. Mein Aim ist zwar besser geworden, aber ich bin trotzdem immer noch so auf einem Level. Ja. 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 Okay, 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 okay. Yank, verpiss dich. Oh, du kleiner Fotzer. Ja, ja, ja. Da ist ein B***i. Achso, das ist ja das mit Spielern. Ah, ich dachte schon. Ah, ja, gut. Ah, ja. Nein. Verpiss. Also, ich sag ihm, es kommt drauf an, was gegen wen wir spielen. Echt so. Echt so. Fick deine Mutter, ja. Ich will diese Show wiedersehen. Aber ich fand nur die erste Folge geil. Mann, was wird jetzt mein Handy wieder von mir. Ich gebe eine Top-Tag. Da oben ist einer. Ja, ich weiß. Was war das? Ich weiß nicht, aber ich habe Angst, dieses Mädchen hört sich so frech an. Oh, ich muss Angst haben. Alter, 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 Alter. Also, ernsthaft? Ich freue mich, du in der Baffin, der Ende. Echt so. Laufe geschwind, Mano-Boy. Manuel Dalmatina. Mein Vater, mein Vater. Das ist so geil. Das ist aber auch. Warum muss er jetzt da? Ich bin bereit, geschwind. Ich bin bereit. Du bist du, du bist. Alter, dein Auge, du bist. Nein, Mann, Mann! Nein, Mann, Mann! Nein, ich habe sie doch noch. Oh, nein, ich habe sie doch noch. Ich bin gerade durch. Mein Vater, mein Vater. Nein, 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 ich hasse das. Ich hasse das, Alter. Ey, Alter, pack dein Mutter, ja. ja nein ich kann das die runde leute für mich jetzt nicht so gut ich bin alle denn einfach alle schlagen ja alter jetzt habe eine spezialtag überhaupt jetzt gebracht alter ist doch ein witz kommt jetzt herausfordern wer die meisten schüsse hat okay auf geht's oh ich wirf dir jetzt mal einen dicken arsch auf die granate ich werf einen dicken arsch auf die hat aber auch einen geilen arsch die hat aber auch einen geilen arsch kommt darauf irgendwie nicht klar ich glaube ich soll diese videos echt auf und soll diese ab wie das echt erst ab 18 freistellen alter der ohne scheiß was da manchmal für aktionen von uns kommen alter vor allem von meinen penis und mir nichts ich war live dabei dabei sehr glücklich schnell mein vater das ist immer unbespann machen die ski Oh, hier. Siski. Have you met my friends? Have you met my friends? Was ist das? Was ist das? Geil, hab ich dich. Komm. Ich sehe nichts. Das ist gut. Das ist gut, wenn das geil drauf geht. Mein Vater. Mein Vater. Was? Verpiss dich, Bitch. Verpiss dich, Bitch. Oh, Vivian, Vivian, Vivian. Oh, die hat dir ein bisschen geschaut. Fick dein Mutter, ja? Fick dein Mutter, ja? Fick dein Mutter, ja? Du das. Alles okay, Victor. Ich bin mir beruhig. Du das. Was? Voll der Rechtsradikale, Alter. Ein Herz für die AfD. Er ist doch so. Oh, schalte. Oh, schalte. Die Runde ist scheiße. Die Runde ist mal wieder für mich megatoll. Für mich ist sie jetzt auch megatoll. Junge, ich habe gerade mal sechs Kills und wurde es selber neunmal umgebracht. Es läuft gerade für mich wieder voll scheiße. Ich habe auch weine Weiber bei mir. Oh, wie, wie, Alter. Ich so eine Schlampe, obwohl ich gerade selber mit dir spiele. Oh, Mann. Ja, jeder Charakter ist scheiße, solange du ihn spielst. Also, solange du ihn dabei nicht spielst. Ah, scheiß drauf. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich auch. Äh, schon wieder. Ey, nö. Kein Bock mehr, Alter. Mit weiter Schieben, Übung. Fort! Trotz krieg ich es jetzt weggeknallt. So ein Scheiß, Alter. Was, was mache ich denn da schon wieder? Mein Vater, mein Vater. Ich finde, es ist eh gut. Ich mache es auch gleich an. Auf geht's, komm Shaney. Oh, immer dieses Nachladen manchmal, Alter. Oh, Gott. Dead Luck, Alter. Halt's Maul, Schlampe. Ich will erst zu, Vivians Arsch. Komm mal her, Vivian. Komm her. Komm her, bitch. Komm, voll. Dicker Arsch, Alter. Na ja, da drauf steht er. Komm, wie die schon stört, die dreckige. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich glaube, teilweise... Ah. Ah, Alter. Geil. Auf geht's. Mein Vater, mein Vater. Was ist eigentlich übel. Ja, Treffen. Alter, wie viel zieht der Hurensohn ab, Alter. Oh, und wieder, ja. Ich mag die Map irgendwie nicht. Ich mag die Map überhaupt nicht, weil die... Irgendwie mag ich nicht. Für Schnauze Pause. Für Schnauze Pause zu Ende. Oh, halt dein Maul, Alter. Oh, gut, 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 gut. Ich hab's. Ich hab nichts gemacht. Ich bin der Witz da ran. Wo steht die jetzt schon wieder? An enemy is unstoppable. Ja, im E-Mail ist nachladen. Alter, halt dein Maul. Ja, so kann ich überhaupt nicht schieben. Guck mal, wie das ändert sich. Ich bin los. Uh, Quatsch, ja. Ja, guck mal. So, cool, ja. So, ja. Und hier mit mir. All die spiele, alles so behindert. Massen? Ja, perfekt. Ich steig genau hinter dran. Abn. Oh, ich hab grad den Schaden rausgemöselt. Den Schaden rausgemöselt. Mein Vater! Mein Vater! Ja, genau, wenn Vivian schricket... Äh! Ich weiß auch gerade von woher. Ja, aber... Wie der Witz. Ja, klar. Ah! 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 Deine Mutter! Fick dein Mutter aus! Dein... Ich bin eben dran, bin eben dran! Verpistisch! Komm, geschaffen mir! Komm, komm, victory! Äh! Nicht den Manolito! Äh! Dead bitch, alter! Ja! Ja, auch ne! 15 seconds remaining! Nee! 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 Nicht Schuss, oder was? Alter! Gar nicht übertrieben! Finde ich auch nicht übertrieben! Nicht übertrieben! Ist doch voll normal! So bitte! Ach, das... Die Waffe ist eh already, das fuck! Also bitte! Stimmt wirklich! Oh, bei mir kommt wieder Wasser aus dem Finger! Geil! Warum was? Ich frag einfach nicht! Wegen Silvester! Hä? Warum Silvester? Ich hab mir so nen scheiß Finger verbrannt! Ah! Oh! 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 Ich kann Hilfe! Nein! Ich will Hilfe! Ich will Hilfe! Da ist ne riesen Blase entstanden! Und so richtig! Oh Rasi! Nein! Gleich geht's weiter mit den nächsten Aufnahme Kindes! Und da seh ich grad auf dem Bildschirm Manus Ex! Jetzt ist sie wieder weg! Und da ist sie wieder weg! Und da ist sie wieder weg! Oh! Oh!